Und da ist jetzt noch der andere. Das ist okay. Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodor auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Wer noch? Geh. Sebastian. Sofort. Verschwinde. Nein. Ich lasse dich und Lilly hier nicht verrückt. Myra. Scheiße. Was hat sie nur vor? Ich glaube, du bist zu kurz vor dem Ende. Da dauert das Spiel Nummer 30. Kapitel raus oder was? Okay. 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 Ich glaube, es ist ja Null. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detektiv. Sie stehen ihrem ärgsten Feind gegenüber. Ihrer großen Liebe. Warum tut sie das nur? Ihr Mutterinstinkt ist stark. Er überwältigt sie. Sie weiß nur noch, was es heißt, eine Mutter zu sein. Zu lange fühlte sie sich nicht mehr als Ehefrau. Ich wünschte, ich könnte sie zur Vernunft bringen. Manchmal ist es schwer, geliebte Menschen von etwas zu überzeugen, das sie nicht glauben wollen. Das sollten Sie besser verstehen als die meisten. Ich verstehe was Sie meinen. Denken Sie einfach daran, dass Sie das Richtige tun. Lilly gehört nicht hierher. Myra muss das begreifen. Irgendwo im Inneren ist noch ein Teil von ihr. Wie verglimmende Glut. Ich hoffe, das stimmt. Ich könnte überall noch Wachstum finden können, wie das aus bisher, ne? Ich könnte überall noch Wachstum finden. Ich könnte überall noch Wachstum finden. Ich könnte überall noch Wachstum finden, wie das ist. bin gespannt wie sie sich aus der hölle rausreden war es und Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Okay. 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 um auch okay okay hoffentlich ist sie noch in der nähe die flasche Gut, weil er geht. Achta! Was ist die Klo? Und achta! Verdammt, noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr rinne. Da ist sie. Diese Ambus ist jetzt noch ein bisschen wichtig. Das war's für heute. 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 Myra! Das war's für heute. 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 Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute.